Ich muss nur mit einer Ah, wundervoll Kohle, oh, ein bisschen Kohle, das reicht schon Gehen wir erstmal schon schlafen Wait, ja I'm sleeping, down the street, I'm sleeping Gut, na Wir brauchen eigentlich die Kohle reingeschmissen Wir brauchen eigentlich ganz dringend Essen Und die ganze Ors kannst du auch mal machen, ich hab ganz viele Ors da Ich hab ganz viele Ors da Wir sind unten Achso, meinst du brennen Ich mach erstmal das schnell was ich brauch Ähm, dann werde ich dann wahrscheinlich noch brauchen Eisen, 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 Eisen Eisen Weil ich hab nur noch vier Herzen und ich regeneriere nicht Ich hab nur noch fünf und regeneriert ja nicht Ähm, oh gut Hm Willst du ein gutes Schwert haben? Warum? Wenn du so dumm fragst, nein Warum? Ein Schwert, das acht Damage macht Willst Willst du oder willst du nicht? Acht Acht Damage Besser als ein Diamantschwert Ja, aber wo hast du das her? Aus Rubies Kannst du die machen Echt? Ja Oh, ist ja doch gut, dass ich die mitgenommen hab Ja Hast du das Hast du das grad in Not enough, Not enough Items gesehen oder was? Nö Ich weiß erstmal aus, äh, Ruby, Saphir und Green Saphir oder Perry, die dort Schwert haben, also Äh, Schwert und sowas machen kann Ich hab doch zu dir vorhin gesagt, ich hab Ruby und dann hast du gesagt, ja, pfff Ach sooo Und sonst nicht So Oh 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 Ja, der TS lag grad Perdi Wie der TS stützt jetzt ab Oh 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 Gott Konnexion lost User in your channel timed out Ja Da ist Perdi kurz rausgeflogen Wir werden das kurz regeln So Ich werd kurz Perdi ins Cap anrufen Und Und bei mir legt es Was Okay Perdi will nicht hingehen Warum will Perdi nicht hingehen Ja Ich hab ihn grad angerufen, bei ihm kam anscheinend nix an Oh Nicht schlecht So Pati Pert 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 Praji Pert jetzt halt nicht sagen weil in TS habe ich halt immer die optimalen Einstellung ja wir probieren es jetzt einfach ja ja ich habe auch dein Serverhaus gerade schon wieder angeschrieben dass du selber wieder abgekackt hast was soll der Scheiß wird sich Thomas wieder aufregen das Thomas ja Giga Chip Red Potato ja warum ist der Giga Chip? Er ist Rage Potato ne der hieß früher Giga Chip Giga Chip aber frage mich nicht warum weil er einen gigantischen Chip an seinem PC hat frag mich doch einfach ey Mandarine stellen ist voll scheiße was was ach so die Mandarine ist scheiße zum Schellen ja die ist halt noch nicht reif wahrscheinlich doch ich hab dir wieder 57 Wabber gegeben das ist das ist in der Gäste Prozent wie lange wie lange hält es nur noch es ist was der 1.0 ich habe vier mitbrachten Mh ich hab dich einfach erstmal wieder in der Kiste rein, dann kannst du ja falls du das kaputt selber nehmen ich glaub so lange halten die nicht aber mach ja nicht mehr Achter Mensch, ne? Äh... Eisen hab ich da im Inventar, sehr schön das ist halt auch wieder so ein Vorteil, aber mh ja wahrscheinlich das Beste wird eh wieder Diamants sein, oder? Mh es gibt auch H ja es gibt ein besseres Schwert echt? mhm welches? kann man eigentlich sagen, das ist wie das Ding Schwert wie das Nanosaber bitte warte was ist Nanosaber? es ist das Schwert, wenn du da äh Ding äh oder was das Rechtsklick ist ausgeklickt hast es hat sich so eher weniger so aufgepusht, da hast du fast alles damit gewonnen hittet meinst du jetzt grad von Hexe oder was? nein von Dingens Pick the beast ja ok, das weiß ich nicht ja gut ähm was hab ich noch gebraucht? einen Piston muss ich noch bauen glaube ich, oder? für was denn? für die Sterling Engine ähm äh, Piston war's Redstone, Iron und den Scheißdreck, jawohl jetzt brauche ich das da da und das da da und und Iron und Werkbank nochmal ähm juli du hast zufällig keinen Redstone oder so, ne? fuck ich brauchst Redstone nicht nur für die Redstone Engine äh verpisst bei euch vielleicht auch du vollhorst oh stammt egal ich glaub da war ich nicht tief genug ist egal weil ich war nicht tief genug ähm nimm mal bitte kurz nimm mal kurz bitte meine Sachen warum? äh du die dann in die, in die Truhe? nix jetzt schreib mich ja schon öfter sagt er öfter noch einmal January du in-dwud du voll Leben hast oder was? ja und alles voll du dumm du dumm ول dumm 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 zumНАЯ Pole Speaking Of Your Tea du bist die das ganze zu machen ja dasdsinn zum 2 ich mache einen Robberschwert geht es? Nein, aber es wäre geil das wäre echt geil das zerfällt dann einfach immer so das wäre mega geil, nach einem Schlag weg das bricht einfach immer so ab du brauchst ein ganzes Inventar voll mit Schwertern, dass du gegen Zombie gründer kannst ja das ist Carrot Rubber Zippling